Kallispera und guten Abend meine lieben Freunde Herzlich willkommen zurück nach langer Zeit mal wieder zu einer Runde Space Engineers ja was soll ich großartig wieder erzählen es ist viel Zeit vergangen es gab keine Folgen und ja das Problem wollen wir jetzt beheben wir mal wieder ein bisschen was hier produzieren es gab auch wieder ein Update mit etwas Content so während ich hier ein bisschen erzähle schon mal habe ich glaube es fällt alles im Inventar genau es fällt einfach alles wir müssen das jetzt wieder abholen so als erstes wollen wir das hier fertig stehen so Solarpaneele Solarzellen und Large Steel Tips okay so wo ist unser Schiff 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 wo bist du Landing Position geht die Richtung so ja ich weiß gar nicht mehr wie ich mich das letzte Mal verabschiedet habe habe ich glaube ich gesagt ich mache das irgendwie alleine fertig wie ihr sehen könnt ist ja nichts raus geworden aber ich hoffe ich habe nichts gesagt habe ich habe nichts gesagt alles nach Plan so zum einer wir fangen mal wieder langsam an viel zu erzählen wahrscheinlich brauche ich drei Folgen es gab ein bisschen Content es gab was kann ich so ich weiß es gar nicht das letzte Update beinhaltet das absolut wichtigste überhaupt die Übersetzung ins chinesische das ist ein absoluter absolutes muss was dieses Spiel hier braucht ist ja in Ordnung es gehört ja dazu ein bisschen Translation muss einfach sein und wollte ich eigentlich ein bisschen ja ich hätte mir noch mal mehr Content gewünscht als nur das aber gut man kann nicht alles haben im Leben so dafür war das was war das ich habe es doch genau gesehen das Schiff hat sich bewegt Mystisch zum Glück nichts passiert egal weiter geht es wie gesagt ich habe jetzt mal jetzt habe ich wieder so ein toller Falter hier einmal brauchen jetzt gibt es gibt es aber ich kann einfach nicht mit offenem Fenster spielen da kommt gleich jedes blöde Viecher rein also ich also ich versuche wieder Anschluss zu finden ähm genau chinesische language translation war mit dabei sonst eigentlich nichts wirklich bisschen bug fixing und so weiter ähm 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 der Patch davor war schon interessanter und zwar wenn ich es richtig weiß ein Fallschirm kam dazu ja was ich eine ganz coole Sache finde also vor allem für mich also das absolute must have weil ich schon das ein oder andere Mal naja knapp mit dem Leben davon gekommen bin beziehungsweise auch schon auf dem Planeten geschlagen bin mit dem Raumschiff weil ich einfach zu blöd zum fliegen war einfach genial so als Notfallmaßnahmen mal kurz den Fallschirm ziehen finde ich klasse ähm das fand ich ganz toll und ich glaube das war schon zum größten Teil wieder nein das stimmt gar nicht was noch was noch dazu kam waren so ach wie soll ich es nennen ähm nennen sie es einfach mal ein neues random event random drop random drop so klingt wie besser und zwar gibt es jetzt hier ab und zu solche Kisten die einfach so vom Himmel fallen ich habe es schon einmal gesehen wo ich es kurz angespielt hat das wird irgendwie so ein grüner Punkt hier eingeblendet so wie unsere Antenne zum Beispiel um dann hier oben zu sehen als grünes Icon das dann ja da steht uns so eine erwartete Zeit wann das aufschlägt und ungefähr welche Richtung und dann kann man die Kisten glaube ich einsammeln oder das Material daraus abholen so finde ich eine ganz coole Idee ist so genau der Content wo ich mir so wünsche quasi ne natürlich noch mehr was ich auf jeden Fall jetzt ein guter Anfang in die richtige Richtung so wo muss ich die nicht schon wieder hin ich war lauter reden ganz aus dem Konzept da genau also das war es ja ich glaube schon so richtig viel ja immer Bugfixing und Performance bla 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 ja auch ganz nett Content ist mir natürlich lieber ich weiß es ist nach wie vor Space Engineer der Hauptbestandteil hier drin ist Engineering ist auch alles gut aber mit ein bisschen mehr wie sagt man Möglichkeiten um mit der Welt zu interagieren und hier hat man ein schönes Beispiel für Performance wie man es nicht macht perform so besser wie gesagt ich spiele in der höchsten Auflösung also alles auf High höher geht es nicht und der Baum hier sieht es absolut kacke wenn ich jetzt dran fliege dann so wandelt er sich jetzt langsam also naja naja ähm nicht ganz so mein Geschmack wie man Performance Probleme löst aber gut nicht meckern einfach mitspielen so jetzt hoffe ich natürlich das in der nächsten ein zwei Folgen Falter hau ab hier ungebetene Gäste hinter das Gäste die kommen und nie mehr gehen ganz tolle Gäste so ich hoffe dass wir so eine Kiste sehen oder ich habe schon eine verpasst keine Ahnung wann die spawnen wie die spawnen ich hoffe es wird bald eine geben das letzte mal wo ich es kurz angespielt hat nur kurz zum schauen da kam dies sofort also ich glaube über fünf Minuten online und schon gab es so eine Kiste wieso fliegt er immer nach oben ich sag doch nach vorne habe ich die Kamera falsch eingestellt ja nein Fehler so ich warte ja immer noch sehnsüchtig auf das Update wo dann hier diese Windkrafträder zur Stromerzeugung beinhaltet und vielleicht ein bisschen ein Update so Motoren oder irgendwas für Fahrzeuge für Rover irgendwie so was dran ist da habe ich es sehnsüchtig drauf aber das zieht sich natürlich in die Länge aber wenn es dann kommt was wahrscheinlich dafür umso geiler die Hoffnung stutter bekendlich zuletzt so was haben wir denn jetzt vier aber ich glaube vier reichen nicht es wird nicht ausreichen dann wir setzen gleich nochmal zwei oben drauf wir schauen mal ganz kurz bei der Batterie nach wie sieht es denn aus hier Output ok die Antenne die steht schon wir müssen den Procaster setzen wir setzen mal auf ja komm 50 ganz hoch neben Procasting show ship name ne noch nicht so jetzt ist es jetzt aus Batterie Input Output ne erreicht noch nicht ganz deswegen wir pro acht stück müssen dann aber ausrechnen ich glaube bei der letzten Antenne hatten wir auch acht solarpanele wenn uns richtig was theoretisch sollte eigentlich kein so ausrechnen aber ach stil schon wieder was abholen ich glaube ich könnte nochmal das Licht ausschalten bei unserem Utility Aircraft Vehicle äh ne ich lass an ich weiß nicht wenn es wieder nach dort wahrscheinlich bald das ist eigentlich ein Wunder dass ich bei Tag anfange zu spielen und aufzunehmen ist ja etwas ganz verrücktes was ich hier mache so komm als Stahlplatten haben wir hier natürlich keine drin war ja klar wir können aber schon mal wir nehmen mal hundert Stück mit wir nehmen nochmal zwei von denen mit jetzt haben wir die Stahlplatten die sind ein Connector so dann nehmen wir auch mal zwei hundert voll ok ja auf jeden Fall soviel dazu was in Updates in letzter Zeit raus kam ja das eine Update natürlich ein bisschen wie sagen wir uninteressanter das der vorige natürlich dafür umso interessanter mit dem Fallschirm und mit diesen äh ja random Drops finde ich eigentlich echt cool ich hoffe wir bekommen einen zu sehen nicht dass ich nur so ein Bullshit erzähle dass es wieder aus dem Spiel genommen wurde ja und ansonsten gab es glaube ich nicht allzu viel Neues zu erwähnen Space Engineer womit wir jetzt natürlich gleich übergehen zu dem zu der wichtigen Frage warum gab es kein Content warum gab es gar keine Folge hier oder so wenig ich glaube das letzte was ich vor produziert hatte einfach nur noch eingeplant und draus gehauen ähm ja warum gab es da nichts war ich der übliche Grund Zeitmangel und der Grund wurde noch verstärkt indem ich so eine dumme Idee hatte ähm ja dumme war es eigentlich nicht ich finde es ja schon toll aber ich habe nicht alles bedacht ich habe so irgendwie die Idee hm wie wäre es denn mal mit einem neuen Monitor so ganz einfach mal ich habe schon lange keinen mehr gekauft es gibt so tolle 4K Bildschirme und Ultra HD oder also 4K oder Ultra HD und Ultra weit und keine Ahnung was es noch alles gibt dann habe ich mir gedacht okay komm wünsch dir mal was habe ich natürlich auch getan jetzt habe ich hier ich habe ja ein riesen Bild jetzt ich sitze bei 34 Zoll Ultra weit Bildschirm von schön Asus hier ich kann ja mal irgendwie in die in die zukünftigen Video Beschreibungen verlinken was ich hier habe natürlich mit bösen Amazon Einkaufslinks ich möchte auch davon was haben kauft auch ja jeder so ein nein ich wir durften natürlich kaufen klar ja was ich sagen wollte ist einfach schweineteuer ich habe einfach gedacht gönnt mir mal ich da kommt gut einfach gedacht gönnt immer schon ewig her ich muss mal von meinem alten Monitor weg kommen und jetzt habe ich mir den geholt und ich bin auch wirklich total begeistert es gibt es natürlich nur ein Problem ich habe natürlich nicht weit genug gedacht ich kann natürlich jetzt in 4K und ganz tolle Auflösung und alles spielen nur das Aufnehmen funktioniert natürlich nicht in dieser super magischen Auflösung da das die Elgato nicht hergibt eine schöne Aufnahmekarte so das hat natürlich jetzt viel Recherche benötigt um irgendwie eine Lösung zu finden und das war eigentlich die Lösung die ich schon nach 5 Minuten hatte die ich aber nicht akzeptieren wollte und die Lösung heißt ich muss bei meinem ich weiß es nennen Super Ultra HD Ultraweit Monitor ich habe hier zu wenig oh man hau alles rein ja noch mal 20 da rein ja ich muss jetzt einfach die Auflösung runterdrehen bis ich wieder auf die Full HD Auflösung komme ja ähm hat jetzt natürlich zur Folge dass ich jetzt hier meinem Ultraweit schöne zwei schwarze Balken links und rechts habe das ist so ein bisschen arg ja jetzt legen mir die Falter schon auf die Nase ich glaube es geht los ähm genau so ein bisschen arg das heißt es die Idee war nicht voll ausgedacht ich habe so einfach gedacht jawohl ich zocke hier voll geil in Ultra HD Ultraweit Auflösung und nimm es dann trotzdem in keine Ahnung Full HD für euch auf oder in welchem Format auch immer aber so einfach ist es natürlich nicht ja soviel dazu wir sind natürlich auch VZ gepostet vor allem das ganze Teil hier anzuschließen ich habe hier zig Rechner Tastaturen äh Mikrofons aber ich habe ja hier alles rumstehen vernetzt und verkabelt und damit ich die Kabel immer gestört haben habe ich gedacht ja jetzt bind ich die Kabel mal zu einem wunderschönen ach wie sagen wir Kabelbinder das ist nicht wirklich so ein Kabelbinder man kann das Kabel da drin verstecken also so aufrollen quasi ja es war total mühselig das anzubringen und es hat natürlich auch den blöden bei Geschmack sieht super aus wenn mal alle Kabel verpackt sind und natürlich jetzt wenn man Kabel austauschen muss musste mein ganzes Setup sag ich mal ändern die Elgato muss den anderen Monitoren geschlossen werden und was dann auch nicht mehr funktioniert hat war mein HDMI-Switch der funktionierte auch nicht mehr ich muss den Monitor jetzt mit übern DisplayPort anschließen und so weiter und so fort das heißt ich musste viele Kabel entfangen anders anschließen es war so toll ein tolles gemütliches Setup da war die Xbox angeschlossen war mein einer Rechner und zweiter Rechner war alles über den HDMI-Switch je nachdem wir das Gerät ich eingeschaltet habe er hat es automatisch geswitcht deswegen den Namen Switch und ich hatte dann immer das richtige Bild man muss nur noch die Elgato Aufnahme Software erstatten konnte alles gemütlich aufnehmen und fertig war's wunderbar es geht jetzt natürlich alles nicht also alles entfernt ähm Monitor direkt angeschlossen ein Elgato muss ich jetzt auch einen extra Port anschließen zum Kattigrafik ich habe noch einen frei gehabt jetzt sind alle vier belegt und ja fertig war's es hat viel Zeit vor allem die Kabel entfernt wieder alle rein zu machen alles zusammen zu binden irgendwo unterm Schreibtisch dann zu verstecken und festzutapen das war sehr müß deswegen gab's auch gelang keine Folge und bis ich dann natürlich raus hatte wie ich dann aufnehme und die bittere Wahrheit einfach akzeptieren musste dass ich die Auflösung heruntersetzen muss ist auch gezählt genau jetzt wisst ihr Bescheid die Folge ist noch gar nicht vorbei und ich bin schon durch ich glaub's ich werde ja richtig effizient so einmal bitte Farbe anpassen war ja hoffentlich schwarz so aber gut sei's drum ich kann ja jetzt für mich so wenn ich mir ein bisschen spiele oder was vorarbeiten sollte dann spiele ich natürlich hier ein Ultraweit Ultra HD Auflösung oh ich sehe schon die Kommentare wird gleich belehrt wenn ich dir alles falsch sage da ist das auch Schwab da kann man vielleicht die Farbe hier nehmen das ist doch eigentlich ganz gut aussehen na gut ist mir egal dann belehrt mich ähm für alle Normalsterblichen da draußen wer wisst was ich meine ja genau deswegen spiele ich jetzt halt so beim Aufnehmen habe ich schöne zwei zwei schöne schwarze Balken einen links einen rechts und wenn ich so alleine was vorbereitet so für mich spiele ich in diesem super Spezial Auflösung gut so sieht es halt einfach aus kann es nicht ändern ich habe jetzt am liebsten gehabt dass ich das Ultraweit spiele und dass die Elgato einfach richtig unterrendert sie macht es ja auch teilweise das Problem dabei ist nur wenn ich das so aufnehme dann habt ihr nachher zwei schwarze Balken einen oben und einen unten da von ihr die klassischen nenn ich es mal 16 zu 9 Monitore benutzt wenn ihr auch einen 21 zu 9 habt dann habt ihr die natürlich nicht aber das haben halt nicht so viele Klassiker ist ja 16 zu 9 und Full HD und ich bereue den Kauf jetzt auch trotzdem nicht ich bin trotzdem cool vor allem das Bild auch wenn ich die zwei Balken habe absolut riesig ich sitze da vor euch da muss öfters Pausen machen mir wird es ja ganz schlecht so ein großes Bild so aber lang rum geflantiert und es geht jetzt trotzdem weiter mit Space Engineers wir haben jetzt hier alles dran genau ach schicken wir können eigentlich mal ist jetzt hier noch Rotor dran aber ich weiß nicht ne das müssen wir jetzt natürlich noch rotieren und hier haben wir das Kontrollpanel Rotor wir machen es mal nicht so schnell wir machen mal 2 und 3 und wie das aussieht aha so toll habe ich ihn nicht eingeschaltet wahrscheinlich ne ich bin so schwer und fast zu schnell schauen wir ne geht würde ich sagen oder wenn ich es noch schneller mache sieht es dann bescheuert aus so High Speed Mode machen wir einfach mal wenn wir ein bisschen Speed ne ich finde das passt auch noch wir sind hoch gelegen auf dem Berg da hast du ein paar mehr Winde sehr schön lassen wir so ein Biegen wäre noch toll das wäre auch schon die Idee dass man bei Nacht es schon sieht wenn man hier angeflogen kommt wenn man da oben drauf setzen ich habe aber wahrscheinlich genügend Materialien für ein Biegen oder mal schauen klar da brauche ich Radio Communication Components warum Nein 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 Area Biegen das kommt irgendwann noch das ist noch im Test so eine Ewigkeit ich weiß aber wenn man einfach nur ein ein Licht nehmen und das flashen lassen Spotlight zum Beispiel kann man den auch einstellen dass der Klingt wahrscheinlich ne ich möchte eigentlich nur Large Blocks das ist jetzt und bulletproof glas gut das höre aus das muss ich mir noch überlegen wir lassen es jetzt erstmal so ich hoffe es kommt auch genügend Strom an auch wenn wir das jetzt so tränen schauen wir nach äh current input ja aber passt mehr als doppelt so viel dann lädt die Batterie gut auf und sollte eigentlich nicht leer werden wir hoffen es einfach mal ja ok dann sind wir eigentlich hier in der Station auch fertig ich würde sagen das lassen wir hier so ein bisschen Stufen können wir noch fertig stellen dass es einfach schick aussieht obwohl wir lassen es mal so ne das nehmen wir mit ach da haben wir ganz viel zu wenig was brauchen wir da noch paar Interieurplätze die hole ich noch ganz kurz was so viel Zeit muss sein äh wo ist jetzt schon wieder der Landepunkt da und ich finde es ist voll schade dass wir noch keine Kiste gesehen haben ich hoffe die kommt jetzt noch bei Zeiten ich möchte was zeigen können wahrscheinlich in dieser Folge nicht aber schon beim Action ich möchte ja nicht hier aufschlagen der Interieurblitz da kommen wir mal 120 mit warum noch ein paar Konstruktion Kompons haben wir hier keinen und ab nach oben haben wir noch genügen ja eine volle Flasche haben wir noch man müsste so sein so nachdem ja wie gesagt das Update kam die ich euch ja erklärt habe warum es auch gar keine Folgen gab auch allgemein ähm wird es jetzt wieder ein bisschen öfters Folgen geben wow wer hat es gedacht und ich werde jetzt auch mehr wie soll ich sagen versuchen mehr mehr Inhalten Folgen zu bringen äh habe ich auch schon das öfteren gesagt aber ja diesmal wirklich war ja immer so geplant ähm wie gesagt Schiffbau wird es bald wieder geben aber nur dass ihr wisst was demnächst kommt was natürlich als erstes kommt wir versuchen immer noch einen effizienten Weg jetzt zu finden damit wir zu unserer neuen Basis kommen und in dem Sinne habe ich ja gedacht wir machen hier diese ach komm ich mach die so Ende Gelände da habe ich ja dann gedacht wir machen hier eine Antenne nach der anderen bis wir bei unserer neuen Basis sind das ist ja nicht mehr weit und da können wir auch vorn steuern wir können darauf zugreifen wir können remote control mäßig die Fluggeräte alles rüberfliegen wir können von unserer neuen Basis aus die Drohnen bei unserer Abbaubasis bedienen und so weiter das machen wir auf jeden Fall noch fertig deswegen gehen wir uns auch gleich wieder weiter wir sind nämlich hier hier sind wir eigentlich erstmal fertig ich muss den Pumpen um den nennen ich weiss aber nicht wie soll ich den nennen Antenne ASF Antenne das ist natürlich auch Mountain Remote Station das ist ja auch eine Remote Station hm wie nennen wir die das ist ja der höchste Punkt wie nennen wir die Gute Frage wie nennen wir die das ist Antenne was zeigt denn der eigentlich an ASF Antenne ach ASF weil so heißt unsere Fraktion ne genau halt dann nennen wir das jetzt nicht Antenne sondern ich hab keine Ahnung das ist jetzt einfach mal die High Remote Station so hab ich jetzt hier so angezeigt wie hieß die andere Mountain Remote Station ach da hab ich es anders benannt ne hab ich den Schiff namen angezeigt wir versuchen es mal wir versuchen es mal wir zeigen hier dann äh dann dann ich muss nur noch bessere Namen ausweiten vierten Anfang High Remote Station so dann müsste jetzt mich hier wenn ich das jetzt um benenne die Antenne bekommt einfach einen Namen die nennt sich einfach A1 weil es die steckend ist dann müsste es mich jetzt hier was nein nichts hätte ich was soll das schreiben sollen können ich drücke ok damit es akzeptiert wird so Eure Mausation A1 ok das ist schon mal ein bisschen business darüber müssen wir noch reagieren machen wir aber später so da haben wir alles das dreht sich ganz kurzer Blick sorry ich muss noch mal einen Blick drauf werfen ich denke aber ich hab's richtig eingestellt die Antenne müsste ein Broadcaster haben von 40m perfekt ich geh mit zum Schiff wo wo darunter so dann gehen wir nicht weiter und das müsste dann eigentlich die letzte Remote Station sein und dann können wir eigentlich theoretisch schon mit einem großen Projekt beginnen und ich hoffe dass ich dann auch in der Zwischenzeit gebacken bekomme viel mehr an ja wie soll ich sagen Content in das Spiel mit reinzubringen also ja in anderes Content ich versuche einfach mehr Motze es gibt ein paar interessante Motze ich gefunden habe die ich dann jetzt auch unbedingt aktivieren will ich möchte das ganze ja wie soll ich sagen story mäßig kann ich es nicht gestalten aber ich möchte ein bisschen besser ausschmücken mehr verschiedene Blöcke haben mehr 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 ich lasse sie sagen nichts mehr so ähm ich das ist noch schnell auswechseln so und dann heben wir auch schon ab vorbereiten das kommt ein und die nicht raus hier passt so dann würde ich sagen einsteigen schaffen das von hier aus ja aber äh batterie ist an wir starten die Drehfarke die Drehfarke sinkt gezündet wir lösen die Lok wir heben ab das ist noch ein bisschen ganz besser zu positionieren so ab will höher weil man nicht kommt und ab wundrabar sehr schön na dann schauen wir mal wo müssen wir denn hin nicht da lang ist diese richtung und blieb mal am besten hier entlang weil ganz drüber kommen nicht müssen wir hier an der seite vorbeischleichen so werden wir es machen okay meine lieben freunde ich würde sagen die folge ist schon wieder vorbei die nächste kommt gleich im anschluss hoffen wir es mal und ja ich hoffe ihr verzeihst mir dass ein paar tage keine folgen gibt oder gab gibt falsch ein muss richtig sprechen dass ein paar tage keine folgen gab es werden jetzt wieder hoffentlich so regelmäßig wie es mir nur möglich folgen kommen und versuchte ja so interessant wie möglich zu gestalten sagen es einfach mal so ich gebe mir die höchste mühe und ich hoffe euch gefällt es wenn wir bald wieder ein schiff bauen erstmal aber den riesen hangar und ganz zuerst die letzte remote station und das in der nächsten folge und danach wird spannend dann versuchen wir ja wirklich mal ob wir sollen zu sagen unsere flugzeuge auch remote steuern können von außen posten zu sagen mine nach neuer basis dann geht's los okay vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal ciao adios adios Musik 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 Musik